Wie schrecklich! Ich wollte doch nie, dass so etwas passiert. Kuro Wu kennt keine Gnade. Er schickt all seine Fans los, um uns zu vernichten. Es muss doch etwas geben, was wir tun können, das kann so doch nicht weitergehen, wie soll das nur enden? Wir müssen schnell handeln, bevor es zu spät ist. Oh nein, was ist das? Breaking News, der Krieg ist ausgebrochen. Streamer gegen YouTube-Star. Die Fans von Kuro Wu starten Angriffe auf der ganzen Welt gegen die Fans von Freegebundung. Wird die Welt, wie wir sie kennen, enden? Es ist an der Zeit, vernichte Freegebundung und Mrs. Fork. Mit deinen neuen Kräften sollte es ein leichtes sein. Enttäusche mich nicht. Aber natürlich nicht. Ich bin ihr Untergang. Was? Was ist passiert? Mrs. Fork, geht es dir gut? Wo bist du? Es gerät alles außer Kontrolle. Wir müssen etwas unternehmen. Kurowus Fans greifen überall an. Er streamt stetig live seinen Hass. Was, wenn wir seine Server abschalten? Dann kann er die Leute nicht mehr anstacheln. Gute Idee. Auf zum YouTube-Hauptquartier. Okay, wir sind da. Doch wo sind die Server? Wo müssen wir lang gehen? Sind die Server hier? Sie müssten hier doch in der Nähe sein. Okay, hier ist keiner. Komm! Wo wollt ihr? Ich hab sie, schalten wir sie ab. Warnung! Server Shutdown! Warnung Server Shutdown! Auto restart immediately! Attackiert sie meine Fans! Zerstört Friegebundum! Weiter so ihr macht das super! Lasst sie brennen! Ich will dass sie leidet! Oh nein! Was ist passiert? Wo ist mein Stream? Wer war das? Dann mach ich es eben selber! Okay! Los wir müssen raus hier! Es wird eine Weile dauern bis Kurovo wieder online ist. Sie starten jetzt nach und nach die Server neu. Shutdown complete! System reboot will start soon! Aber den von Kurovo hab ich komplett ausgeschaltet. Bis sie das merken dauert es. Restart complete! Ich kriege euch! Wir sind gleich draußen! Wir haben es! Oh nein! Schnell! Hauen wir hier ab! A few moments later! Bis hier hin und nicht weiter! Das wird ihr Ende! Wird man dich denn nie los? Ich bin das ewige Verderben! Ich bin die ewige Finsternis! Ich bin euer Untergang! Das hast du nicht getan! Spüre die Kraft der Liebe! Es ist noch nicht vorbei! Es ist noch nicht vorbei! Ich bin das! Ich bin das! Ich bin das! Ich bin das! So lasse ich es nicht enden! Ich bin das! Ich bin das! Ich bin das! Mrs. Fogg, geht's dir gut? Ja, alles in Ordnung. Haben wir es geschafft? Ja, es ist vorbei. Endlich! 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 Endlich!